Hallo Leute, heute möchte ich euch die beste Seite zum Dash verdienen zeigen. Ja, ich denke die meisten Leute wissen was Dash ist. Dash ist eine ziemlich populäre Kryptowährung und den Anbieter werden die meisten Leute vermutlich auch kennen. Denn es ist ein altbekannter Anbieter, den ich auch weiterhin noch nutze und den vielleicht auch viele von euch noch nutzen. Nur dieser bietet jetzt auch an, dass wir uns bei ihm Dash verdienen können. Und weil das so super cool ist, dachte ich, ich mache mal ein Video dazu. Selbstverständlich gibt es auch wieder in diesem Video Münzen zu gewinnen. Ja, und zwar es gibt Bitcoin Münzen zu gewinnen. Was das genau für Münzen sind, das seht ihr jetzt im Video. Ich würde sagen, bevor wir lange drumrum reden, schauen wir uns direkt die Seite an meinem PC an. Ja, wer hätte es gedacht. Es geht um Moon Dash. Vielleicht kennen die anderen schon Moon Bitcoin, Moon Litecoin, Moon Dogecoin. Links findet ihr übrigens in den Infokarten. Ähm, ja, denn dazu habe ich schon Videos gemacht. So, ähm, wie legen wir los? Link zu Moon Dash gibt es dann in der Beschreibung. Wir loggen uns ein. Wir brauchen einen CoinPod-Account. Was das ist, darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen. Wir loggen uns jetzt also erstmal mit unseren CoinPod-Daten ein. Wir brauchen nur eine E-Mail-Adresse, nicht mal ein Passwort. Also, ähm, wenn ihr Bock habt, dann nutzt doch direkt mal meine E-Mail-Adresse, um für mich zu claimen. Dankeschön. So, log in. Ähm, dann geht's los. Wir können jetzt hier direkt claimen. Ähm, das ist nervig, diese Glocke. Die machen wir gleich mal aus. Oh, jetzt läutet die nochmal. Ähm, wir drücken dann auf Claim Now, bestätigen, dass wir kein Roboter sind und, ähm, ärgern uns dann über diesen Capture-Scheiß. Ähm, komischerweise kommt er bei Firefox nicht so häufig. Und dann sehen wir auch schon, was wir bekommen haben. Wir haben hier 0,0, also 252 Dash Toshi bekommen, wenn man das so nennt. Ähm, wir bekommen einen Loyalitätsbonus, 1% jeden Tag mehr, wo wir, wenn wir uns denn jeden Tag, ähm, Minimum einmal einloggen und einmal Claim. Wir bekommen einen Referral-Bonus, wenn wir jemanden einladen, also pro Person auch 1%. Und wir bekommen einen Mystery-Bonus von 0 bis 100%, komplett zufällig, deswegen Mystery. So, und daraus ergibt sich dann das, was wir tatsächlich Claim, denn das liegt immer höher als das, was uns da angezeigt wird. Deswegen macht das auch so viel Spaß. Und, ähm, drücken wir nur noch auf Close. Und, äh, ja, dann müssen wir Minimum 5 Minuten warten. Und dann können wir das Ganze nochmal machen. Wie sind die Payout-Raten? Die sehen wir hier. Und zwar, wenn wir 5 Minuten warten, haben wir 31 Dash Toshi. Wenn wir 10 Minuten warten, haben wir 56. Ja, es nimmt ab. Das heißt, je öfter wir Claim, umso mehr haben wir insgesamt dann geclaimt. Ja, also, ähm, meine Empfehlung, um das Beste aus seiner Zeit und seinen, ja, Dashes zu machen, einfach einmal am Tag. Dann haben wir die 513. Und dann nehmen wir auch den Loyalitätsbonus mit, was immer eine nette Sache ist. Ja, so viel zum Claim an sich. Viel mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn wir Leute werben, kriegen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Ähm, die kriegen das natürlich nicht abgezogen, sondern die Plattform zahlt das oben drauf. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Link benutzen würdet. So, das ist CoinPod. CoinPod.co, ja, den Link, ähm, bekommen wir auch direkt beim Anmelden. Also, wenn wir da auf Registrieren geklickt hätten, wären wir auch hier hingekommen. Dann vergeben wir ein Passwort, eine E-Mail-Adresse, so wie man sich halt wo anmeldet. Ich denke, das kriegt ihr auch noch alleine hin. Und, ähm, von hier aus können wir unser Guthaben verwalten. Wir können jetzt also sagen, wir wollen unser Dash beispielsweise in Bitcoin umwandeln oder in, äh, Litecoin oder in Dogecoin oder in whatever. Das wären jetzt beispielsweise 18 Dogecoins. Könnten wir also auch machen, wenn wir da zu lustig sind. Und wir können auch alle Moon, ähm, Seiten nehmen und hier dreifach, vierfach claimen, ja, und, ähm, können dann alles in eine Kryptowährung umwandeln, um das dann gebündelt auch hier abheben zu können. Grundsätzlich können wir hier das komplett gebührenfrei abheben. Wir müssen nur 0,0002 Dash sammeln und dann können wir das gebührenfrei, ähm, auf unsere Dash-Adresse abheben. Lasst mich nochmal kurz ein Wort zum Thema Foursets loswerden. Ja, natürlich ist das nicht die Welt, was wir da verdienen, umgerechnet fast nix. Aber es ist auch nur ein verdammten Klick, den wir machen müssen, um das Ganze zu claimen. Deswegen empfehle ich das immer besonders für Anfänger, also für Leute, die gerade neu in der Materie sind und sagen, ach, bevor ich jetzt erstmal Geld rein investiere, würde ich es gerne erstmal ausprobieren, wie funktioniert das. Dafür sind solche Seiten optimal. Wir kriegen hier also, ähm, für recht wenig, was wir dafür tun, ähm, recht viel. Ja, viel ist immer relativ, schon klar. Ähm, die Auszahlungsgrenze finde ich auch sehr fair gewählt. Ähm, viel würde mir jetzt nicht fehlen, um das auszahlen zu lassen. Und ich habe es tatsächlich nicht unbedingt regelmäßig hier gemacht. Ähm, grundsätzlich. Kann ich es aber jedem für nebenbei empfehlen und halt eben besonders für Anfänger. So viel, ähm, meine Meinung zu diesem Thema. Und wenn ihr mehr zum Thema Foursets oder generell, ähm, sowas halt nebenbei verdienen, ähm, wenn ihr dazu mehr Videos haben wollt, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Ja, Leute, das war es soweit mit dem Video für diesen Samstag. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ähm, wie ihr wisst, sonntags ist Crypto-Time. Das heißt, morgen gibt es auf jeden Fall wieder ein Video. Ähm, ich habe einen Coin, den ich euch gerne mal vorstellen würde, der auch sehr, sehr populär geworden ist. Und ich dachte mir, boah, das, was es im Internet gibt, ist so, naja. Ja, deswegen, ähm, machst du mal was dazu, ähm, um hier ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Aber alles Weitere dann morgen ab 18 Uhr. Ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und bis dann, Leute. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.